Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Stromnetz, Gasnetz, Energiewende, Atom- und Blackout-News. Es ist wieder viel passiert, deswegen zweiter Teil, starten wir gleich los. So Leute, kommen wir nun zum Thema Stromnetz. Frankfurter Allgemeine, Bundesregierung offenbar kurz vor Kauf vom Stromnetz von Tenet. Um das mal zu sehen, das ist also das größte Zusammenhänge des Stromnetz in Deutschland. Das verbindet also Schleswig-Holstein bis in den Süden runter, bis zu uns nach Bayern. Wir haben alles Tenet und dieses Höchstspannungsnetz gehört jetzt der Niederländischen Regierung und die wollen es einfach los haben. Das Netz benötigt Investitionen, die von den derzeitigen niederländischen Eigentümern nach Ansicht vieler nicht getätigt werden können oder auch nicht wollen. Du musst also als Firma erstmal diese vielen Milliarden, denkt mal unser Groß- und Höchstspannungsnetz, 209 Milliarden Euro bis 2038 müssen wir dort investieren. Das musst du als Firma erstmal stemmen. Du brauchst das Personal, das Material und deswegen sagen die Niederländer, ihr Deutschen, wenn ihr eure Energiewende gerne macht, macht es das. Wir steigen aus. Es kann sich nicht rechnen. Könnte natürlich mit André auch noch passieren und deswegen will jetzt Berlin das kaufen. Ob das dann gut ist oder nicht, ihr wisst ja, wie es mit Staatsbetrieben so ausschaut. Die Bahn ist ja auch unglaublich pünktlich. Also wird der Netzausbau dann wahrscheinlich 2080 fertig, ich weiß es ja nicht. Nächstes Thema, es trifft ja nicht nur Österreich, Deutschland, es trifft ja auch die Schweiz. Diese ganze Energiewende geht ja durch ganz Europa durch. Wir haben ja ein Netz in Europa, Stromversorgung in der Schweiz wird fragiler. Als Betreiberin des Hochspannungsnetzes hat Swissgrid alle Hände voll zu tun, denn es wird aufwendiger Stromausfälle zu verhindern. Und ihr wisst ja, ein Netz in Europa geht in der Schweiz des Stromaus, geht auch bei uns und in Österreich oder in Frankreich aus. Es kommt immer häufiger vor, dass Swissgrid Kraftwerke anweisen muss, die Produktion kurzfristig zu drosseln oder zu erhöhen. Der klassische Redispatch-Maßnahme, also auch die trifft mittlerweile immer mehr auch die Schweizer. Auch die österreichische APG hat sich gerade beschwert, dass sie 190 Millionen Euro letztes Jahr an Redispatch-Maßnahmen bezahlen mussten. Das ist eine vielfache Steigerung von dem, was sie früher gezahlt haben. Es kommt immer häufiger zu heiklen Situationen. Das liegt an der Energiewende. Das kommt im Schweizer, das ist quasi das Gegenstück von unserer ARD. Das liegt an der Energiewende. Über die ganze Schweiz verteilt werden Windräder und Solaranlagen gebaut. Damit gibt es immer mehr kleine und dezentrale Kraftwerke. Gleichzeitig wurde mit Mühleberg bereits das erste Atomkraftwerk abgestellt. Also auch dort der gleiche Wahnsinn wie bei uns. Engpässe im Hochspannungsnetz dadurch. Hey, kommt mir so bekannt vor. Ist in Österreich so, ist in Deutschland so, ist in der Schweiz so. Ist wahrscheinlich in vielen anderen Ländern genauso. Dafür ist das bestehende Stromnetz noch nicht bereit. Insbesondere im Hochspannungsnetz gibt es Engpässe. Häufig in der hiesigen Stromproduktion eingreifen muss Swissgrid auch, um die Nachbarländer zu unterstützen. Zuletzt gab es viele Hilferufe aus dem süddeutschen Raum, wo kurzfristig Strom fehlte. Viele Hilferufe. Viele. Nicht einen, sondern viele. Und auch hier seht ihr den Energieeinsatz der Redispatchmaßnahmen von 2021 auf 2022 massiv gestiegen. Schauen wir mal, wie es 2023 weitergeht. Das ist jetzt nämlich nur das Halbjahr, was hier ist. Und wie sieht es bei uns aus? Und zwar seit dem letzten großen Ereignis in unserem Stromnetz. Das war die Abschaltung der AKW mit den sogenannten Redispatchmaßnahmen. Also den Notfalleingriffen, ohne die das Netz nicht stabil zu halten wäre. Im Jahr 2022 waren es vom 16.04. bis zum 30.09. 3.653 Eingriffe. Im Jahr 2023 waren es 5.634 Eingriffe. 52% mehr Eingriffe. Negative Redispatch waren im Jahr 2022 2,6 Millionen Megawattstunden. Jetzt 3,5 Millionen Megawattstunden. Also obwohl die Atomkraftwerke nicht mehr da sind, verstopfen die scheinbar weiterhin die Netze. Anders kann man sich das ja gar nicht erklären, warum wir jetzt noch mehr abgeschaltet haben als letztes Jahr. Fast 30% mehr abgeschaltet als im letzten Jahr. Das muss man sich schon mal geben. Die Positiven sind natürlich gestiegen. Das war ja vollkommen klar. Wenn ich die Atomkraftwerke weg bin, habe ich jetzt 5,4 Millionen. Das ist ungefähr das, was ein Atomkraftwerk produziert, das rund um die Uhr läuft. Nur für Redispatchmaßnahmen außerhalb des Marktes, um unser Stromnetz stabil zu halten. Absoluter, unglaublicher, Wahnsinn. Anders kann man das nicht bezeichnen. Und damit haben wir natürlich weiterhin das instabilste Stromnetz, das Deutschland jemals hatte. Und ich kann euch Folgendes sagen. Wir sind ganz kurz davor, die Anzahl der Redispatch aus dem Gesamtjahr 2022 zu überbrücken. Es fehlen irgendwann, das waren 12.633, es fehlen noch 400. Ich denke mal, in zwei, drei Wochen haben wir dann soweit. Also werden wir auch in diesem Jahr noch instabiler sein, als wir das letztes Jahr schon gehabt haben. Unglaublich. Es gibt auch immer mehr so große Redispatchers, so große Maßnahmen, wo einfach die Netzfrequenz hier sollte dem grünen sein, aus dem Ruder läuft. Und das sind halt so Sachen, die sind komisch, die gibt es uns nicht. Das beginnt hier irgendwann um Viertel nach acht, nicht um acht Uhr beim Stundenwechsel, was normal ist. Und dann kommt hier zu viel, und zwar um ungefähr die Leistung eines Kernkraftwerks, war zu viel im Netz. Und normalerweise ist es so, dass das nach einer Viertelstunde wieder geregelt ist. Das ist aber nicht passiert, Freunde. Das ist nicht passiert. Das sind so Schwankungen, die machen wir echt zu sagen, nicht von der Höhe her. Aber einfach, weil man merkt, dass unsere Regelkraftwerke nicht mehr ausreichen. Am gleichen Tag gab es dann ein paar Stunden später auch nochmal so etwas Ähnliches, das hier um 11.42 Uhr wieder begonnen hat, mittendrin. Aber das hier mit dem Stundenwechsel konnte man das halbwegs runterfahren zumindest. Aber wie gesagt, unser Stromnetz wird einfach immer instabiler. Kommen wir nun zu den Energiewende-News. Wir wollen ja nächstes Jahr insgesamt 10,3 Gigawatt an Kohlekraftwerke abbauen. Reservekohlekraftwerke gehen laut Habeck 2024 vom Netz. Das ist natürlich ein absoluter Wahnsinn. Wir sind in der größten Energiekrise. Wir wissen gar nicht, ob wir über diesen Winter ohne Probleme drüber gehen. Aber wir schalten einfach nochmal was ab, weil... Ja, darum. Jetzt gibt es aber bereits Gegenbestrebungen. Laufen Deutschlands Kohlekraftwerke länger als geplant? Im Frühjahr soll die Sondergenehmigung für den Betrieb alter Kohlekraftwerke eigentlich auslaufen. Das steht nun aber offenbar zur Diskussion. Und ich hoffe, das wird auch diskutiert, denn sonst haben wir ein Problem. Eigentlich sollte es eine Notlösung sein. Doch nun könnten alte Kohlekraftwerke, die im vergangenen Jahr wegen der Gasknappheit reaktiviert worden waren, noch länger in Bereitschaft bleiben als geplant. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte auf Anfrage des Handelsplatzes, man befinde sich innerhalb der Bundesregierung und Ministeriumsintern in Gesprächen über eine Verlängerung der entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Also selbst Habeck merkt langsam, dass dieser Plan wahnwitzig ist, dass es nicht funktionieren kann. Denn ohne die Kohlekraftwerke hätten wir den letzten Winter auch nicht überstanden. Und was hat sich diesen Winter geändert? Wenn Nachtzeit keine Sonne scheint, bringen uns noch mehr Solar gar nichts. Wenn halt mal wenig Wind geht, bringt uns auch der Windzubau nur minimal etwas. Das reicht halt hinten und vorne nicht. Wir können uns dazu mal anschauen, was zum Beispiel letztes Jahr am 13. Dezember 2022 um 11 Uhr, da hat man so eine Dunkelflaute oder da hat man noch nicht einmal die richtige Dunkelflaute, denn ihr seht es, wir haben dort 5 Gigawatt ungefähr oder Gigawattstunden in der Stunde aus Wind oder 6 fast und 7 nur mehr aus Photovoltaik. Das ist eigentlich noch gar keine Dunkelflaute. Trotzdem liefen alle Steinkohle, alle Braunkohlekraftwerke, die uns noch verblieben sind, egal ob die 70 Jahre alt waren und alles rauspesten, völlig egal, die liefen noch. Und trotzdem war Airgas 19.600 Megawattstunden. Also 19,6 Gigawattstunden. Im Schnitt also 19,6 Gigawatt sind die dort gelaufen. Das ist der höchste Wert, den ich jemals im Stromnetz gesehen habe. Und jetzt kommt etwas, Freunde, das hat mich überrascht. Diese Folie ist aus SmartD und habe ich im April, Mai für einen Vortrag rausgelassen. Wenn ich heute den Dienstag 13. Dezember um 11 Uhr nehme, habe ich plötzlich gestorben, 19.600 Megawattstunden Erdgas nur noch 9.200 Megawattstunden Erdgas drinstehe. 10.000 sind weggefallen. Wie kann das sein? Jetzt plötzlich nach 10 Monaten. Denn bis vor ein, zwei Monaten war das noch so drinnen. Wenn ich das gleiche zum Beispiel bei Energy Charts vom Fraunhofer-Institut anschaue, da muss man noch aufpassen, hier ist es nicht Gigawattstunden oder Megawattstunden, sondern eben Megawatt. Da waren es zum Beispiel bei Erdgas 14,3. Also 9 jetzt bei Smart, 19 vorher, 14,3. Gehe ich auf Agora-Meter von Agora-Energiewende komme ich dann auf den Wert bei Erdgas von 20,6 Gigawatt. Ja, was denn nun, Freunde? Es kann ja nicht sein, dass plötzlich nach sechs, sieben Monaten eine Rückrechnung kam und dann gesagt hat, da war ja die Stromerzeugung ganz anders, als mir das damals angezeigt haben. Wenn es ein paar Tage später gewesen wäre, hätte ich es noch verstanden. Also warum hat man Smart die 19,6 Gigawatt rausgenommen und daraus 9,6 gemacht? Interessante Frage. Leute, ich habe euch ja das Video dazu gemacht, was erneuerbare Energien tatsächlich kosten, weil die sind ja in der Erzeugung ja sehr günstig, aber die Integrationskosten sind natürlich exorbitant, weil wir brauchen ein neues Stromnetz, ein neues Verteilernetz, wir brauchen Speicher, wir brauchen Gaskraftwerke, wir haben riesige Redispatch-Maßnahmen. Ich meine, all diese Dinge kommen natürlich da dazu und wenn man die einfach rechnet, das ist also hier schon, ist eben, man sieht, die Verteilernetzengelde sind von 2022 auf 2023 um 19,9% gestiegen. Das sind genau diese Kosten eben für die Netze, für sonstige Dienstleistungen, die eben nicht direkt bei der Erzeugung sind. Und die steigen jetzt also nunmehr um 8,7%. Allerdings kommt jetzt da eines, so würden die steigen, aber die Übertragungsnetzbetreiber begrüßen, dass die Übertragungsnetzentgelte mit einem Zuschuss der Bundesregierung in Höhe von 5,5 Milliarden Euro nahezu konstant gehalten werden. Auf dieser Basis liegt die vorläufige durchschnittliche Netzeingelde im nächsten Jahr bei 3,19 Cent. Das entspricht einer Steigerung von 2%. Die anderen 6% zahlen wir aus unseren Steuern, die auch wieder irgendjemand bezahlen muss. Aber es klingt natürlich gut, wenn ich sage, die Netzeingelde sind nur um 2% gestiegen, anstatt letztes Jahr um fast 20% und dieses Jahr schon wieder um 9%. Die Hauptursache dafür ist das anhaltend hohe Preisniveau auf den Brennstoff- und Strommärkten. Diese wirken sich insbesondere auf die Kosten für Redispatch, Netzreserve und die Vorhaltung von Regelleistungen sowie für die Beschaffung von Verlustenergie aus. Also genau das, was ich in meinem Video euch erklärt habe. Und wieder einmal ist es so, dass wir Steuermilliarden einsetzen müssen, um die Politik dieser Regierung irgendwie wieder zu glätten, damit es die Bürger nicht ganz auf die Füße fällt. Das ganze Spielchen geht also noch weiter genau in die gleiche Richtung. Kraftwerkstrategie Ampelinsider rechnet mit 60 Milliarden Euro Förderkosten aus unseren Steuergeldern. Und zwar geht es hier um die Reservekraftwerke, die Gaskraftwerke, die ja in der momentanen Situation kein Mensch bauen würde, kein Normaldenkender, weil du weißt nicht, kriege ich Gas. Du weißt nicht, wie lange geht das noch gut, weil man will es ja in ein paar Jahren eigentlich wieder abschalten. Also warum soll ich investieren? Da muss der Staat dann schon richtig was springen lassen. Der Bundestagsabgeordnete und SPD-Energiepolitiker, also sogar von der Regierung selber, Markus Hümpfer, hat erstmal konkretisiert, wie teuer die geplante Kraftwerkstrategie für den deutschen Staat werden könnte. Wir reden von einem Haushaltsverlömen von rund 60 Milliarden Euro. Das wäre mehr als das Fünffache dessen, was dem Bundeswirtschaftsministerium nächstes Jahr insgesamt im regionellen Budget zur Verfügung steht. Fünf volle Jahre Budget nur für Ersatzkraftwerke, die wir nur deswegen brauchen, weil im Wind und Solar nicht immer Strom liefern. Sonst haben die keinen Zweck. Nur diesen einen. Und dafür haben wir 60 Milliarden mehr als das Budget der Bundeswehr in den nächsten Jahren. Da ist noch nicht einmal Leitungen dabei. Das müsste ich sogar auf mein Video noch dazurechnen, denn ich habe mit niedrigere Werte gerechnet. Das nächste Problem, was wir für die Energiewende haben, ist, das habe ich auch schon gesagt, der Kabelmangel. Denn, sie haben jetzt ausgerechnet, weltweit müsste man 80 Millionen Kilometer Lücke bedroht, die Energiewende. Behörde warnt vor Kabelmangel. Es klingt unglaublich, ist aber so. Also das war die weltweit erste Studie zu diesem Thema. Die erste globale Studie ihrer Art kommt zu dem Ergebnis, dass die Welt bis 2040 80 Millionen Kilometer Netze hinzufügen oder ersetzen muss, was der Gesamtzahl aller heutigen Netze weltweit entspricht, um die nationalen Klimaziele zu erreichen und die Energiesicherheit zu unterstützen. Also das komplette Netz, das wir jetzt haben weltweit, das wir in 100 Jahren aufgebaut haben, müssen wir jetzt in 16 Jahren nochmal komplett neu aufbauen oder ersetzen. Woher kommt das Material? Woher kommt das Fachpersonal? Gibt es überhaupt so viele Rohstoffe, um das zu machen? Haben wir das Personal, um sowas zu planen? Haben wir das Personal, um sowas zu genehmigen? Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das wird aber mal ein separates Video, weil den muss ich mir genauer anschauen. Höchst interessant. Wir haben nämlich auch das Problem, zum Beispiel in Österreich, die sagen das gleiche, APG Zukunftsnetz bringt versorgungssichere Energiewende auf Überholspur. So ist die eigentliche Überschrift. Die müssen jetzt auch nochmal in Österreich 9 Milliarden investieren. Aktueller Befund, Stromsystem ist am Anschlag. Dazu hören wir kurz rein beim ORF oder Ö1, den CEO von der APG, dem österreichischen Stromnetzbetreiber. Um das Netz im Zuge der Energiewende belastbar zu halten und versorgungssicher zu machen, braucht es neben neuen Leitungen zusätzliche Speicher, Trafos oder Steuerungstechnik. Für APG-Technikvorstand Gerhard Christina ist das unabdingbar, um den Kurswechsel zu schaffen. Das System sei am Anschlag nicht nur durch den höheren Strombedarf. Wir haben ein Netz de facto von unseren Großmüttern und Großvätern geerbt. Diese Reserven haben wir in den letzten Jahren aufgebraucht. Und jetzt durch den starken Ausbau der Erneuerbaren sind hier keine Kapazitäten mehr verfügbar. Und es braucht jetzt einfach neue Umspannwerke, neue Leitungen, damit wir die Erneuerbaren auch integrieren können. Also genau das, was ich in dem Video erklärt habe, ohne diese ganze Integration der neuen Leitung etc. kann die Energiewende, so wie sie jetzt geplant ist, schlichtweg nicht funktionieren. Und das macht sich halt extrem teuer und verzögert das Ganze natürlich, weil es halt, die Stromnetze in Österreich sind am Lüblin, die können nicht mehr mehr Solar und Wind aufnehmen. Die müssen jetzt schon mal abregeln. Das Gleiche wie in Deutschland, wie wahrscheinlich in vielen anderen Ländern der Schweiz ja genauso. Russische Rohstoffe-News. Ist es wirklich so, dass wir frei von russischen Rohstoffen haben, wie es uns quasi immer erklärt wird? Wir wissen ja zum Beispiel, die Österreicher hängen weiter an Russlands Gasleine. 80% des Gas, das Österreich bekommt, importiert, kommt aus Russland. Glück für uns, denn jetzt müssen wir nichts nach Österreich exportieren, was natürlich praktisch ist. Ich meine, die Österreicher haben Verträge bis 2040, die wissen, die müssen dieses Gas bezahlen, ob sie es abnehmen oder nicht. Unsere Verträge laufen bis 2030. Nochmal nebenbei. Was ich allerdings, oder beziehungsweise wir importieren ja immer noch Öl über die Truschba-Pipeline, allerdings kommt es jetzt offiziell nicht mehr aus Russland, sondern aus Kasachstan. Und da ist jetzt etwas Seltsames passiert. Vorzugsbehandlung für russischen Rosnev-Konzern. Der russische Rosnev-Deutschland GmbH importiert hunderttausende Tonnen Öl, angeblich aus Kasachstan. Obwohl es Zweifel an der Herkunft gibt, wurde der Zoll nach Recherchen von NDR, WDR und SZ angewiesen, die Importe möglichst rasch durchzuwinken. Also der Zoll hat von oben die Anweisung bekommen, wenn dort Öl kommt, einfach durchwinken, gar nicht kontrollieren, gar nichts. Das Schreiben, dass Anfang September an die Hauptzollämter Berlin und Frankfurt geht, bezeichnen Insider als gelinde gesagt, außergewöhnlich. In dem zweiseitigen Brief teilte die Generalzolldirektion den nachgelagerten Behörden unmissverständlich mit, was sie von ihnen erwartet. Nämlich, dass es künftig beim Import von Öl durch Rosnev-Deutschland zu keinen Verzögerungen mehr kommen dürfe. Das Ganze ist nämlich, dass hier quasi der Großraum Berlin und der Nordosten Deutschlands mit diesem daraus Benzin und Diesel erhält. Und ohne das, habe ich ja schon mal gesagt, haben wir ein leichtes Problem. Es gibt zu diesen Lieferungen allerdings einen Haken, denn das Zollkriminalamt sieht ein hohes Risiko, dass mit derartigen Geschäften Russlandsanktionen schlicht umgangen werden. Russland pumpt das Öl nach Kasachstan und pumpt es weiter zu uns, verdient damit ganz wie vor, eher sogar mehr, weil es ja mehr Leitungsentgelte gibt, weil wir es jetzt ja umleiten müssen, falls wir das überhaupt machen. Also Leute, wir importieren weiterhin Öl halt jetzt über dem Deckenmantel Kasachstan. Wir importieren weiterhin Gas, zum Beispiel die Österreicher, deswegen müssen wir nicht so viele nach Österreich exportieren und und und. Tja, und warum machen wir das? Ja, ganz einfach. Ohne das werden die Tankstellen in Berlin und Umgebung einfach trocken. So simpel ist das Ganze. Dieses ganze Spielchen geht natürlich noch weiter, als Wingkraft-Journal schreibt, warum genehmigt die Amperegierung 40 weitere Urantransporte aus Russland nach Lingen? Das Atomwildbundesamt hat mit Zustimmung des Bundesamts für Wirtschaft, Ausfallkontrolle 40 weitere Urantransporte aus Russland zur Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen genehmigt. Und dieser Staatskonzern Rossatom ist ja aktiv am Krieg gegen die Ukraine beteiligt, aber wird nicht sanktioniert. Warum? Was würde Frankreich ohne die Brennstäbe machen? Und viele, viele andere Länder. Das heißt, das heißt immer, ja, wo sollen wir jetzt die Brennstäbe für unsere Atomkraftwerke hergeben? Leute aus Russland, ganz normal, die liefern wie früher auch ohne Probleme, ohne irgendwas. Beste Ware, billig aus Russland. Alles in allem, merkt ihr, es ist momentan extremst viel los in alle Energiebereiche derzeit. Gute Nacht, Europa. Seus.